Hi! Schön, dass ihr wieder reinschaut bei TREAKPC. Heute bei uns Kompaktwasser-Kühlung aus dem Hause Anamax. Das ist die Aqua Fusion 360. Wir hatten uns ja bereits die 240er in der weißen Variante angesehen. Das ist jetzt quasi die nächstgrößere Ausbaustufe. 360er Radi, schicke RGB-Lüfter und das Ganze für einen Preis für so um die 112 Euro. Ob die Kühlung was für euch ist und was sie drauf hat, schauen wir uns jetzt genauer an. Kompaktwasser-Kühlung wird dann mit einem kleinen Zubehör-Paket ausgeliefert. Darin enthalten natürlich alles, was ihr für die Montage braucht. Die passt auf alle geringen Sockel. Intel LGA 1151, LGA 1200 als entsprechend auch auf den AM4-Sockel und den 2066-Sockel aus dem Hause Intel. Auf den TR4-Sockel wird hier verzichtet. Ansonsten sehr cool zu erwähnen, was dabei ist, ist eine Y-Weiche für die PWM-Lüfter. Ihr könnt alle drei PWM-Lüfter so an einen Lüfteranschluss anschließen. Ihr habt einen RGB-Taster dabei, mit dem ihr zehn vorgefertigte Effekte bei dieser Kühlung hier auswählen könnt, wenn euer Mainboard noch über keinen RGB-Anschluss verfügt. Und zudem liegt auch noch eine kleine Tube Wärmeleitpaste bei. Auch das ist ziemlich cool und abgerundet natürlich das Ganze von einem kleinen Handbuch. Das unterstützt euch dann bei der Montage. Bei der Kompaktwasser-Kühlung fangen wir an mit dem Radiator. Es ist ein Aluminium-Radiator, was bei Kompaktwasser-Kühlungen nichts Ungewöhnliches ist. Er ist 27 mm dick und komplett in schwarz gehalten. Und auf den länglichen Seiten haben wir entsprechend dann auch noch den Enamax-Schriftzug. Das rundet das Design ein bisschen ab und der ist dann auch ersichtlich, wenn man das Teil in seinem PC-Gehäuse mit Sichtfenster einbaut. Wir haben bei diesem Radiator dann die Möglichkeit, standardmäßig hier 320 mm Lüfter drauf zu packen. Entsprechend werden die jeweils mit vier Schrauben am Radiator fixiert. Wenn ihr Lüfter übrig habt oder vielleicht auch schon andere Radiator-Schrauben, könnt ihr entsprechend auch eine Push-Pull-Konfiguration bei diesem Radiator machen. Nämlich habt ihr sechs Lüfter drauf. Ob ihr das braucht, sei mal dahingestellt. Von der Dicke her mit den Lüftern drauf haben wir dann 53 mm. Das dürfte interessant sein, wenn der Radiator bei euch in die Oberseite des Gehäuses wandern sollte, denn dann könnt ihr jetzt nachmessen, ob das bei euch da zur Kollision mit Arbeitsspeicher oder sonstigen Mainboard-Kühlern führt. Wir haben dann bei der Kompaktwasser-Kühlung natürlich zwei Schläuche, einen Zulauf und einen Ablauf, die vom Radiator in die Puppeneinheit münden und auch umgedreht. Die sind 40 cm lang, verfügen an der Puppeneinheit wieder über ein kleines Scharnier, dass ihr die entsprechend ein bisschen ausrichten könnt. Das erleichtert euch dann zum Schluss die Verlegung beziehungsweise auch einfach die Montage und die verfügen über einen ummantelten schwarzen Sleeve. Das sieht besonders cool aus, wenn man das entsprechend mit ein bisschen RGB-Beleuchtung dann in Szene setzt. Kommen wir zum Herzstück. Die eigentliche Puppeneinheit, die ist komplett in schwarz gehalten auf der Unterseite über eine Kupferbodenplatte mit eurem Prozessor dann nach der Montage verbunden. Die nimmt dann die Abwärme auf. Im soll dafür sorgen, dass hier eine längere Lebensdauer dann für die gesamte Kompaktwasser-Kühlung vorhanden ist. Auf der Oberseite, wie wir das bereits auch von den anderen Aquafusion-Modellen kennen, das Ganze im ausgeschalteten Zustand. Klavierlack-Optik, wenn man das Ganze einschaltet, kommen dann da die RGB-Beleuchtung zum Vorschein mit dem Enamax-Schriftzug in der Mitte. Das Ganze dann ein bisschen gestaffelt. Sieht sehr schick aus und je nachdem, was ihr für ein Setup habt, könnt ihr da was richtig Schickes dann zusammenbauen. Von der eigentlichen Kühleinheit geht dann weg ein 3-Pin-Stromstecker. Den könnt ihr zum Beispiel mit eurem standardmäßigen CPU-Lüfter-Stromanschluss dann mit Strom versorgen. Und wir haben auch noch entsprechend einen RGB-Stecker, der dient dann nachher dazu, dass ihr die Lüfter und die Pumpen zusammenkoppeln könnt und die dann zum Beispiel eben über den Taster oder über euren Mainboard-Header, was die RGB-Beleuchtung angeht, dann steuern könnt. Was fehlt jetzt noch? Ganz klar die Belüftung. Enamax packt hier drei hauseigene Squaw-Lüfter bei. Das sind die Lüfter, die zwar über ein eckiges Design verfügen, aber in der Mitte trotzdem natürlich einen runden Rotor haben. Drei an der Zahl sind hier montiert. Die verfügen alle über einen Drehzahlbereich von 500 bis 2000 Umdrehungen. Also hier habt ihr entsprechend die Wahl. Sehr viel Kühlleistung und entsprechend, wie wir nachher sehen werden, auch deutlich hörbar oder entsprechend eben das Ganze auch ein bisschen leiser zu gestalten. Die werden angesteuert per PWM-Lüfteranschluss, entsprechend auch zum Beispiel mit der Weiche dann über nur einen Anschluss auf eurem Mainboard. Und natürlich auch mit dabei ist jeweils ein RGB-Stecker, 3 Pin 5 Volt. Wir haben jeweils einen männlichen und einen weiblichen Stecker an den Lüftern. Somit könnt ihr die entsprechend auch alle dann zusammenstöpseln und über einen Anschluss dann regeln. Lüfter, ansonsten aus schwarzem Kunststoff gefertigt, verfügen eben dann in den Rahmen über diese schicke RGB-Beleuchtung und an den jeweiligen Ecken natürlich auch mit Antivibrationspads ausgestattet, dass die dann schwingungsfrei auf dem eigentlichen Radiator gelagert werden. Kommen wir zur Montage. Da gibt es im Vergleich zur 240-Millimeter-Variante keine größeren Besonderheiten. Bei dem AMD-System müsst ihr das gesamte Retention-Modul demontieren. Er schnappt euch die Multi-Backblade, bestückt die dann mit den Gewindebolzen und entsprechend an der Pumpeneinheit werden die beiden AMD-Halterungen montiert. Dann Wärmeleitpaste auftragen, Kühlblock auf die CPU und die Gewindestangen aufsetzen und dann diagonal mit Gefühl festdrehen. Dauert vielleicht so 5 bis 10 Minuten. Ihr müsst entsprechend dann auch noch einen Platz in eurem Gehäuse finden für den 360-Millimeter-Radiator. Das dürfte bei den meisten von euch dann in der Oberseite sein oder vielleicht auch hinter der Front. Je nachdem, was ihr für ein Gehäuse habt. Auch interessant für Leute unter euch, die hohen Arbeitsspeicher nutzen oder Arbeitsspeicher mit RGB-Beleuchtung. Die Slots bleiben, wie bei den meisten, kompakt Wasserkühlung komplett frei und somit sollte euch das vor keine größeren Probleme stellen. Auch noch zu beachten, vielleicht bei der Montage für den einen oder anderen sicher ein Thema. Durch die RGB-Beleuchtung, die natürlich sehr schick ist, haben wir allerdings auch ein bisschen mehr Kabel. Das kann, je nachdem wie ordentlich ihr das machen, möchtet dann ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen, das Ganze sauber zu verkabeln. Kommen wir zum interessanten Part, nämlich Kühlleistung als entsprechend auch die Lautstärke. Nun, bei der Kühlleistung gibt es bei der Aquafusion 360 absolut ist auszusetzen. Sie positioniert sich dort, wo man so eine Kompakt-Wasserkühlung mit schnelldrehenden Lüftern als entsprechend auch einem großen 360-Millimeter-Radiator vermuten würde. Und da habt ihr auch kein Problem damit, wenn ihr da eine hitzköpfige CPU zu Hause habt oder auch ein bisschen Overclocking machen möchtet. Thema Lautstärke, das ist bei Kompakt-Wasserkühlung immer interessant. Wir haben hier natürlich drei Lüfter entsprechend mit einer Maximal-Drehzahl von 2000 Umdrehungen. Und da sind sie störend aus dem System wahrzunehmen, kann man anders auch gar nicht sagen. Verwundert jetzt auch nicht sonderlich bei dieser Drehzahl. Ihr bekommt die Lüfter aber auch leise, denn ab so 1200, 1100 Umdrehungen wird das Ganze schon sehr, sehr leise. Und da könnt ihr euch entsprechend dann auch eine sehr leise Kompakt-Wasserkühlung daraus zusammenzimmern. Thema Puppengeräusche, auch das natürlich ein Thema. Bei unserem Testgerät hier vernimmt man ein ganz leichtes Surren. Vor allen Dingen ist das dann hörbar, wenn man die Lüfter natürlich ganz runter regelt. Allerdings hatten wir da schon deutlich lautere Kandidaten bei uns im Test. Und wenn das Gehäuse zu ist, sollte das auch nicht weiter dann entsprechend auffallen. Die Enamax Aqua Fusion 360 für einen Preis von um die 112 Euro hinterlässt bei uns einen guten Eindruck. Sie ist hochwertig verarbeitet, lässt sich sehr leicht montieren und die Arbeitsspeicherslots bleiben zudem auch frei. Sprich, hohem RGB-Arbeitsspeicher steht auch nichts im Wege. RGB gutes Stichwort, denn auch die Kühlung verfügt natürlich, wie man das von Enamax kennt, über eine schicke RGB-Beleuchtung. Sowohl bei der eigentlichen Pumpeneinheit als entsprechend auch dann bei den 320 mm Lüftern. Die RGB-Beleuchtung könnt ihr steuern mit Mainboards von MSI, ASUS, ASRock als auch Gigabyte. Und entsprechend, wenn ihr ein Mainboard habt, was Razer Chroma unterstützt, funktioniert entsprechend dann auch das. Was ich sehr cool finde, ist auch der Lieferumfang. Wärmeleitpaste ist dabei. Es ist ein RGB-Taster dabei, für bis zu zehn vorprogrammierte Effekte. Das ist cool, wenn ihr vielleicht ein älteres Mainboard habt und auch die Y-Weiche für bis zu drei PWM-Lüfter an nur einem PWM-Anschluss bei eurem Mainboard. Auch das ist ein nettes Zubehörpaket. Von der Kühlleistung gibt es auch absolut nichts auszusetzen. Positioniert sich da, wie bereits schon angesprochen, wo man eben eine Kühlung mit schnelldrehenden Lüftern und einem großen Radiator vermuten würde. Lautstärketechnisch, das ist so ein Kritikpunkt hier. Die Lüfter sind störend laut mit maximaler Umdrehungszahl. Auch das ist jetzt nicht sonderlich verwunderlich. Ihr bekommt sie aber auch leise und auch die Puppengeräusche halten sich jetzt bei unserem Produkt hier sehr entgrenzt und ihr vernimmt, wenn ihr die Lüfter-Agro unterregelt, dann ein leichtes Surren. Ja, von unserer Seite aus interessantes Produkt. Wenn ihr Platz habt, ihr wollt viel RGB-Beleuchtung und ihr wollt nicht allzu viel Geld ausgeben, dann werft doch einen Blick auf die Aqua Fusion 360. Habt ihr jetzt noch Fragen, Anregungen oder sonst etwas auf dem Herzen, dann ab damit unten in die Kommentarfunktion. Ich bin der Jan und recht herzlichen Dank wieder, dass ihr heute bei uns reingeschaut habt und ihr wisst, wenn ihr uns unterstützen möchtet, freuen wir uns über ein Abo, über einen Daumen nach oben und wenn ihr die Glocke aktiviert, denn dann verpasst ihr keines mehr unsere Testvideos und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier bei TrickPC auf diesem Kanal wieder.